Hallo, mein Name ist Angelika Heuer, ich komme aus Bad Berleburg und ich bin beim STEIN zur Weiterbildung zur Regressionstherapien mit Hypnose, weil ich einfach nochmal damit ein bisschen sicherer werden wollte, im Übungsteil damit noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen brauchte und bin sehr zufrieden damit. Ich möchte es weiterempfehlen.